Ah, Kokainer! Oh ja, Margret! Ma-Margret! Oh, Andi! Margret! Oh, Andi ist hier mal richtig besor. Mh, 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 mh. Ich freu mich schon auf ne neue Rüstung. Mh, mh. Da gehst bestimmt wieder übelst viele geile Rüstungen. Mh, mh. Jee, boi, mi, jee, boi, mi. Ich hab's vergessen, dass die Fässer explosiv sind. Mh, mh. Wollt grad wieder einen angreifen. Nee, die... Die explodieren nicht, wenn du sie so angreifst mit Auto-Attacks. Mit ganz normalen. Die explodieren nur, wenn du etwas, äh, äh... Flambares. Häufiges dagegen schmeißt. Genau. Okidoki. Okidoki. Es ist ganz ungewohnt, dass man hier nicht rollt, wenn man gesprungen ist. Lauf! Ok. Oh, vielleicht doch mal ein... AAAAAAAH! Er sieht aus wie ein Typ von Batman. Joker? Ja, ich bin Werther, guck mich an. Ja, ich bin Werther, guck mich an. Warte mal, ich befreie dich und du hast immer noch ne Bitte? Loretta. 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 Lass mich raten, das ist Andy hier. Hm. In fact, wenn du das für mich machst, werde ich sicher, dass ich euch in kind. Ich bin vielleicht ein schlauter Thief. Aber ich habe mehr Gericht, als die größte Räuelität. Was sagst du dann, hm? Lauf! Ja, also... Dann helfen wir dem, Spasti, oder? Mhm, mhm. Sehr gut. Ich habe für dich glücklich geflohen in dich. Ich bin Greerat, Andy von der Untead-Settlement. Hast du seine Dienstag angenommen? Ja. Ist er jetzt nicht mehr da bei dir? Hä? Er redet noch. Okay. Jetzt haut er ab. Ein blauer Tränensteinring. Sieht nach Equipment aus. Den könntest du jetzt anlegen, wenn du möchtest. Habe ich auch. Nice. Du könntest jetzt mal durchlesen, was der Ring macht. Wäre vielleicht auch mal sinnvoll. Erhöhlt Schadensminderung bei geringem TP. Gefällt mir. TP sind Trefferpunkte. Dein Leben, dein TP. Trefferpunkte. Trefferpunkte, ja. Je weniger du leben, desto weniger Schaden erleidest du durch Angriffe. Ist das exponentiell oder sterbe ich trotzdem? Das ist nicht exponentiell, du stirbst trotzdem irgendwann. Aber du kriegst einfach weniger Schaden, wenn du lowlife bist. Ist schade. Hm. Gotta break it up. Oh my gosh. Also. Andi möchte, dass wir seiner Margret den Ring zurückbringen. Den Penis-Ring. Den Penis-Ring von Margret. Oh Gott. Ich würde ganz kurz refreshen, weil ich keine Mana tränke mehr habe und keine Heiltränke. Ich würde mich hier mit dir verabreden am Bonfire. Ich würde gleich wiederkommen. Yeah boy. Ich warte. Damit du dich ans Bonfire setzen kannst, um deine Estus zu refreshen. Oh, da invadet einer. Ne, alles gut. Oh, da invadet einer. Und du bist aber müde heute. Ich bin generell müde, in letzter Zeit. Um halb fünf aufstehen ist scheiße. Hm. Wie läuft's bewerben? Hm. Gar nicht. Wie, wie, was? Achso, du meinst wegen dem dualen Studium. Hm. Hm. Ähm. Warte mal kurz. Auf welchem Stand bin ich eigentlich? Wolltest du nicht? Warte mal kurz. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Du meinst da, wo? Nein, 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 nein. Du. Äh, 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 äh. Hochschule, Unterrichtner, äh, Kurs, äh. War's das nicht du? Äh, also wenn, dann sehr, letztes Jahr Mai irgendwann mal vielleicht. Ah, okay. Ne, also ich hab jetzt seit geraumer Zeit, ich glaub Ende September, Ende August, ne, ne Stelle, ne Studienplatz in Ludwigsburg für gehobenen Verwaltungsdienst als Beamter im Public Management. Hey Google. Hey cool. Hab jetzt mein, danke, hab jetzt meine Ausbildungsstelle in Stuttgart bekommen. Spotify Film Abonnenten können Titel auswählen. Aber versuch es mal mit diesem Hey cool Kids Sender bei Spotify. Spotify. Yeah Spotify. Yeah Spotify. Okay Google. Stopp. Ähm, ja. Genau, also ich hab jetzt im Grunde einen Platz fürs duale Studium in Ludwigsburg und Stuttgart und werd dann im September dort sein und den Scheiß machen. Yeah. Yeah. Wobei ich, ja. Ja. Was los? Ja, also ich werd ja dann Beamter, ne. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich... Zeigst du da auch mit Kanacken, die mir nicht mehr rumhängen? Ja, es tut mir wirklich leid. Wir müssen... Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Nee, darum geht's gar nicht. Ähm, es ist einfach... Ich weiß nicht, ich... Ich fühl mich nicht als Beamter. Ich... Ich hab das Gefühl, ich eng mich da in etwas rein, was ich nicht bin. Und vor allem... Wird einfach meine Freiheit völlig weggenommen. Mhm. Äh... Andererseits, die Rente ist halbwegs gesichert. Mein Zeichen liegt, gell? Achso. Äh, und von von Shanai. An dem, wo ich gerade stand oder an einem anderen... Ah, da liegt's! Okay. Gammatrios gammatrios. Gammatrios 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 gammat 해옘iffs kam adreus da bist du hier bin ich frage ist das sagen ich hab das noch nicht glaub ich ne ne hast du noch nicht ich glaub du bist hier runtergelaufen ach du hast dich nicht hingesetzt an Spawnfeuer damit du deine Estos zurück bekommst ich hab noch alle oh wir werden invasiert ok wo ist der Spagnatiker keine ahnung wir gehen einfach mal weiter kann er sich ja nicht auch verwandeln in irgendetwas anderes oder sowas ja jeder kann sich in irgendetwas verwandeln mit einem gewissen Item was man bekommt na du Sau man kann sich einfach irgendwo hinstellen und es würde keiner mehr das sieht relativ offensichtlich aus wenn du mich fragst dann nehme ich mal was anderes er ist da ja oh da ist er ja schon scheiße der fühlt sich auch verarscht lauf 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 oh gottie oder ne er ist vom Leben was er ist hier runtergefangen äh 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 komm mit 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 ich hab mich so gefreut oh gott so den da müssen wir nicht töten den da zieh ich auf unsere Seite weg von ihm so er ist auf unserer Seite das heißt er tötet jetzt den NPC für uns wenn er kommen sollte der NPC? äh der PVP Gegner nicht weg von dem dicken bleibt der so komm mit komm mit nein nein der kommt nicht äh der bleibt nicht so schade hinter dir PVP Gegner wie diese in diesem Gebiet stellen sich gerne an Love Freak Knights und ne nicht aufheben das Zeichen dort ups äh stellen sich stellen sich gerne an äh Love Freak Knights und warten einfach bis du prozent vorbeikommst und du gegen sie kämpfen möchtest und keine andere Wahl hast sozusagen war es jetzt blöd das aufzuheben? nein nein alles gut ok hast du das da aufgehoben? ja soll ich da rüber? ok äh wir können versuchen rüber zu springen lass mich mal kurz versuchen na ich hab's nicht geschafft first try der Ring des Opfers ah diese Opferungsringe die kann man gut verkaufen beim NPC die geben gut Geld fuck die trägt man nicht das sind nur so äh ich sag mal Rohlinge zum verkaufen ah kein Nutzungsbedarf ne ne das sind einfach nur Wertgegenstände Wertgegenstände ja wir wären interessiert an euren Wertgegenständen wie meinen sie das? komm mit das klingt nach Aufzug ja ja du sollst auf die andere Seite gehen damit wir beide drauf gehen können komm je boi jetzt soll man wieder leveln er ist unter uns er ist über uns ich bin tot ah er hat getrappt wie ein Arsch ey er hat richtig hart getrappt fuck fuck ha 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 was für ein Wichser ohhhhhh nein ja damit habe ich nicht gerechnet jetzt erstmal wieder jetzt erstmal wieder ein Ember benutzen ich bin grad so angepisst ich werde jetzt ist mir scheißegal ich werde jetzt ein anderes Bild aufsetzen das unfairste das du hast du ich werde auf jeden Fall was unternehmen gegen diese Arsch Arschlöcher ja mein Gott ey man will einfach nur spielen weißt oh immer das gleiche der Drache sieht aber cool aus der Drache sieht richtig cool aus warum machen die keinen Crossover mit Dark Souls bei Monster Hunter keine Ahnung ich weiß es nicht sie machen mit so vielen Crossovers das ist echt schade ich meine Capcom hatten sie ja aber also Capcom ist ja Teil von von Monster Hunter also Capcom hat Monster Hunter ja gemacht deswegen viele Spiele sind von Capcom aber trotzdem Beispiel Assassin's Creed ist nicht von Capcom oder The Witcher mein Zeichen liegt der Zeichen liegt es macht alles nieder das Zeichen liegt und ich beschwere dich so also jetzt will ich meine Seelen zurück meine Fresse das waren schon 6000 fuck jetzt darf ich nicht nochmal verrecken fuck arm fuck von von geiles Schwert so geiles Schwert geiles Schwerte what the fuck dachte er ist oh krass großschwert what the fuck Dexterity Dexterity ich hab das Gefühl da wollte mich was an ich muss ganz kurz ein bisschen heilen ich habe jetzt weniger heal Fähigkeiten nur leichte heal Fähigkeiten naja so lange Schaden machst ja ja Schaden mache ich jetzt mehr ich wollte eigentlich so wenig Schaden verursachen wie möglich damit du halt ein bisschen mehr ins Feeling kommst das Problem ist halt die ganzen pvp die meinen sich da reinmischen zu müssen weil ich das macht ja auch Spaß so ist nicht aber es macht Spaß es ist halt nur nervig wenn man die ganze Zeit eigentlich schon längst hätte woanders sein können die halten halt auf ja aber easy wir sind jetzt fertig hier im Gebiet wir haben alles gesammelt wir haben einen NPC beschworen easy peasy lemon weh weh lemon weh weh easy peasy jaja weh weh gatz die das eklig heißt naja das röhnt mich damals an den Puff mit den alten Weibern und ne ja ARD Text im Auftrag von Funk